Schreien, weglaufen, den Mund zuhalten, den Kopf hin und her wackeln. Das Zähneputzen mit deinem Kind ist ein einziger Kampf. Du bist wirklich verzweifelt. Heute zeige ich dir, wie das Zähneputzen für beide entspannter wird. Die ersten Zähne kommen mit sechs Monaten und auch diese kleinen Zähne wollen schon gut gepflegt werden. Hier gebe ich meinen Eltern den Tipp. Das Kind hat ja eine Wickelkommode, es trägt ja noch Windeln und da empfehle ich oft so etwas wie ein Kirschkissen. Ein Kissen, was so ein bisschen einsenkt. Damit stabilisieren wir die Lage des Kopfes. Das heißt, auch da kann das kleine Kopfchen nicht nach links und rechts sich ständig drehen, sondern ich habe dann eine stabile Lage des Kindes. Und wenn ich von oben auf die Wickelkommode schaue, kann ich mit der linken Hand die Liepe des Kindes, meistens sind das die unteren beiden Zähne, die kommen, dann kann ich mit der linken Hand die Liepe ein bisschen runterziehen und mit der rechten, oftmals mit diesem Fingerling, die Zähne sauber machen. Wir wissen alle, wir haben ein paar Sekunden stehen uns da zur Verfügung. Aber wenn das Kind stabil liegt und ich gut sehe, dann bin ich auch erfolgreich. Und dieser Punkt ist es auch, der eigentlich das Wichtigste ist. Mein Patient, in dem Fall mein Kind, muss stabil sitzen, stabil stehen und ich muss als Elternteil, als Behandler eine gute Sicht haben. Da empfehle ich wirklich, je nach Alter des Kindes, ich sage mir so salopp, ihr habt sicher eine Wand bei euch zu Hause, das muss überhaupt nicht im Badezimmer sein. Natürlich habt ihr auch dort eine Wand, also nehmen wir die. Okay, das Kind an die Wand anlegen und dann, die meisten von uns, oder wir haben alle diese Triptraps, das ist noch besser, das Kind da draufstellen. Ich setze mich dem Kind gegenüber auf den Stuhl und in dem Augenblick passiert wirklich etwas Wunderbares. Der Kopf ist stabil und ich habe eine gute Sicht. Und wieder das gleiche Prinzip. Mit der linken Hand, wenn das Kind angelehnt ist, ziehe ich die linke Lippe nach unten, nehme meine Zahnbürste und reinige und bitte ja nicht den Mund zu weit aufmachen, weil dann geht der Mundboden nach oben, die Lippe spannt an, ganz entspannt. Wenn das Kind zu sehr anspannt, ein kurzer Tipp, sagt ihm, mach mal deine Schulter nach unten. Wenn die Schulter nach unten gedrückt ist, kann auch der Kopf nicht mehr anspannen. Wir sind eine Einheit und dann kann man sagen, ich kann meine wirklich kurze Zeit, wenn ich Glück habe, 20, 30 Sekunden dazu nutzen, sinnvoll die Zähne an den Stellen, wo das Kind selbst nicht hinkommt, weil wir wissen alle, das, was wir machen, ist das Effektivste. Das heißt Unterkieferfront, Innenseite im Unterkiefer und auch Oberkiefer, nach oben die Lippe ziehen und dann kann ich effektiv und kurz arbeiten. Es gibt Kinder, die haben ein unglaublich tief ansitzendes Lippenbändchen, das fällt den Eltern mit Sicherheit auf. Die Zähne, die beiden Frontzähnchen, die stehen auch relativ weit auseinander und dann kommen die Eltern, wenn das Kind so ein, eineinhalb ist und sagen, ach, es läuft immer weg oder es zieht immer den Kopf weg, wenn ich die Zähne putze. Diesen Eltern gebe ich den Tipp, von der Mitte aus nach rechts und nach links zu putzen, weil, stellt euch das bitte vor, irgendjemand putzt euch die Zähne und haut jedes Mal beim Zähneputzen gegen euer Lippenbändchen. Angenehm ist es nicht. Es klingt unglaublich einfach. Meine Eltern bestätigen mir auch, dass es eigentlich wirklich einfach ist. Also versucht den Tipp und ich freue mich auf jede Reaktion und antworten, ob es geklappt hat. Ihr seid jetzt vielleicht verunsichert, weil ich immer davon rede, dass es ein paar Sekunden sind oder einige Sekunden, die wir haben, um effektiv zu putzen. Machen wir uns nichts vor. Ich möchte die Eltern kennenlernen, die es schaffen, ihrem Kind zwei Minuten lang die Zähne zu putzen. Deshalb gibt es wirklich diese Empfehlung, lasst eure Kinder alleine putzen. Schon alleine durch das Kauen auf der Zahnbürste kommt es zu einem Reinigungseffekt. Aber wir sind es, die dann effektiv nachputzen. Und deshalb sollte dieses Nachputzen klar, schnell und wirklich an den Stellen passieren, wo wir wissen, da sammelt sich der Schmutz. Und das ist Oberkiefer außen, Unterkiefer innen, Unterkiefer die Front und Oberkiefer die Front. Immer am Zahnfäsch entlang. Und bitte, ihr habt kein schlechtes Gewissen, weil ihr sagt, wir schaffen keine zwei Minuten. Wer es schafft, der soll sich bitte melden. Ich würde mich freuen, so jemanden kennenzulernen. Also eine kleine Regel zum Abschluss. Je angenehmer das Zähneputzen für euer Kind ist, umso angenehmer ist es auch für euch und umso effektiver. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und unser Video liken und das Video liken würdet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020